Es hat an der Tür geklingelt und ich dachte mir nur, was ist das? Das ist einfach ein Paket von Jacob. Eigentlich habe ich ihm gesagt, er soll mir nichts zum Geburtstag schenken. Und was macht er? Er macht es doch. Na ja, schau dir mal, was wir hier drin haben. Ach, du Heilige. Das ist viel zu viel. Aber ich meine, jetzt, wo es schon bei mir in Österreich ist, muss ich es ja irgendwie annehmen, oder? Das ist das Süßeste, was ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen habe. Also das erste Mal Pinguin-Eiswürfel-Macher-Dinger. Und jetzt seid ihr bereit. Oho, danke. Nächstes Geschenk ist mir komplett gefühlt mehr als zu Weihnachten. Was ist das? Damit kann man den Avocado-Baum anpflanzen. Was voll Süßes, weil Jacob weiß, dass ich Avocados voll gerne esse. Und das letzte Geschenk fühlt sich an wie eine Tasse. Ich reiße das einfach mal brutal auf. Oh, das ist immer schön. Oho, die schönsten Pinguine werden im Juni geboren. Ah, das stimmt. Und hier haben wir, glaube ich, noch ein T-Shirt. Ja! Danke, Jacob. Ich liebe alles so sehr.